Musik Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, es wird Zeit, dass ihr die Wahrheit erfahrt über Versicherungen. Versicherungen sind langweilig, Versicherungen sind komplex und kompliziert. Denn niemand, auch wirklich niemand hat Bock auf Versicherungen. Frag 100 Leute auf der Straße, ob sie denn jetzt gerade Lust haben, sich mit Versicherungen auseinanderzusetzen. Bin mir 100% sicher, alle werden sagen, nee, habe ich keine Lust drauf, habe ich wirklich keinen Bock drauf. Fragst du jetzt aber die gleichen 100 Leute nochmal, ob sie denn finden, dass Versicherungen wichtig sind für ihr Leben, bin ich mir auch wiederum sicher, dass alle Leute sagen werden, ja, wichtig sind Versicherungen doch irgendwie. Und genau deshalb, genau aus diesem Grund ist jetzt Feierabend mit all den Ausreden. Ausreden wie, ja, ich habe das in der Schule aber nicht gelernt oder ich verstehe es einfach nicht, das ist so komplex. Damit ist Schluss. Das zählt nicht mehr und zwar ab heute. Denn Versicherung musst du, wie all deine anderen Lebensbereiche, auch eigenverantwortlich in die Hand nehmen. Nur dann ist gewährleistet, dass du wirklich auch das Thema Versicherung verstanden hast und am Ende des Tages auch die Versicherung hast, die du wirklich brauchst. Viel zu viele laufen da draußen rum mit zu wenig Versicherung, mit den falschen Versicherungen, mit zu vielen Versicherungen und ganz schlimm, die Menschen, die glauben, sie haben wirklich alle richtigen Versicherungen. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall. Und damit sich das ändert, musst du aktiv werden und zwar nur allein du. Es ist deine Verantwortung, deine Versicherung, dein Leben hier selbst in die Hand zu nehmen. Hol dir dann einen Profi mit dazu, ja, unterhalte dich hier über die verschiedenen Themen, bilde dich weiter, schau dir Videos zum Beispiel an. Ganz ehrlich, jemand der Zeit hat, am Tag 20 verschiedene Katzenvideos zu gucken, der hat auch Zeit, mal zwei Versicherungsvideos zu gucken, um sich hier weiterzubilden, ja. Und das Thema Versicherung wirklich in den Griff zu bekommen. Und das, meine lieben Freunde, ist unglaublich wichtig. Das muss sich ändern und zwar heute und hier und jetzt. Das ist wirklich aller, allerhöchste Eisenbahn, dass das Thema Versicherung in Deutschland einfach mehr Eigenverantwortung erfährt. Weil am Ende des Tages geht es um dich, geht um deine Existenz, deine Versicherung. Und bitte, bitte tu dir selbst eingefallen und schreib nur etwas, was du auch wirklich verstanden hast. Ja, es hilft nichts, eine Unterschrift drunter zu setzen, ja. Nur damit das Gewissen beruhigt ist, dann kommt der Ordner in den Schrank. Aber du hast eigentlich keine Ahnung, was du da gerade unterschrieben hast. Das ist meine Botschaft. Like das Video, teilt es noch, damit das möglichst viele Menschen sehen. Das war es erstmal von mir. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dorthin. Servus. Ciao.